Und ich spreche jetzt in Moskau mit unserer Korrespondentin Birgit Fürnig. Das sind erschütternde Bilder und Stimmen von den Bürgern, die wir da gerade gehört haben. Jetzt ist die Rede von einer Teilmobilmachung in der Ukraine. Was genau bedeutet das? Sie müssen sich das so vorstellen, es ist ein Aufruf. 50.000 Mann bzw. Männer und Frauen sind aufgerufen worden, sich zu melden. Da werden Untersuchungen stattfinden. Es geht in erster Linie darum, Funker, Spezialisten für die Luftabwehr, aber auch Ärzte sind aufgerufen. Die sollen in den nächsten Monaten die Soldaten ablösen, die zum Teil ja seit einigen Monaten jetzt im Einsatz dort sind. Dann wird das im April nochmal so eine Welle geben und auch im Juni. Das heißt, Sie sehen daraus schon, es ist auf das nächste halbe Jahr angelegt und bedeutet natürlich, dass man davon ausgeht, dass sich dieser Konflikt nicht so schnell befrieden lässt. Der Berater von Petro Poroschenko, dem Präsidenten, dem ukrainischen, hat das Ganze damit begründet, dass er sagt, wir gehen davon aus, wir haben ein feindseliges Land an unserer Grenze und wir müssen uns darauf einstellen. Also die Frage bleibt natürlich im Raum, warum diese Teilmobilmachung. Ist die Lage so dramatisch, dass man einfach noch alle Kräfte versucht zusammenzuziehen oder geht es auch darum, schlicht jetzt Fakten zu schaffen? Es geht auch darum, die Kräfte, die noch vorhanden sind, denn die ukrainische Armee ist schwach, zu mobilisieren. Man weiß ja, dass sich die Lage in der letzten Woche verschlechtert hat mit einem Anschlag auf einen Kontrollposten der ukrainischen Armee südöstlich von Donetsk. begann diese neue Welle, wenn man so will. Dabei sind zivile Opfer ums Leben gekommen und dieser Bus war ja ganz klar gelb und ein Bus eben, der für die lokale Bevölkerung vorgesehen war. Also es war klar, dass es kein militärisches Ziel ist. Zur Folge hatte das ja auch dann, dass die ukrainische Armee am Wochenende eine Offensive, eine Großoffensive am Donetsker Flughafen gestartet hat. Also man sieht, man erlebt dort jetzt eine dramatische Verschlechterung der Lage. In Brüssel wird ja gerade darüber gesprochen, was man eigentlich auch von Seiten der EU machen kann, um diese Situation zu entschärfen. Die Diplomatie scheint durchaus im Moment wieder ratlos zu sein. Sind diplomatische Bemühungen im Moment wieder ins Leere gelaufen? Naja, zum einen hat diese Verschlechterung der militärischen Lage und die Tatsache, dass der Waffenstill, der ja ohnehin immer löchrig war, überhaupt nicht mehr eingehalten wird, gezeigt, dass das Minsker Abkommen nicht beachtet wird. Darum hat ja gestern auch nochmal Außenminister Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, das Minsker Abkommen jetzt auch verlässlich umzusetzen. Also beide Konfliktparteien hat er ja an einen Verhandlungstisch gerufen. Aber im Augenblick sind ja alle Versuche, dieses Minsker Abkommen nochmal ins Leben zu rufen, die Kontaktgruppe sich treffen zu lassen, ins Leere gelaufen. Das heißt auch, dass ein Gipfel, der ja anberaumt war, im Augenblick unter den Umständen nicht stattfinden kann. Also im Augenblick stehen die Zeichen nicht gerade sehr gut. Vielen Dank für diese Information, Birgit Firnig aus Moskau. Bis zum nächsten Mal.